Das ist natürlich nicht so toll. Okay, da komm ich so nicht rüber. Hallo? Ach da? Ah. Oh Gott. Seriously? Okay. Ah. Oh Gott. Werde ich da hoch? Werde ich da hoch? Ah, warte mal. Was war das? Werde ich hier schieben? Nein. Wo geht's denn weiter? Muss ich da runter? Gott. Das war jetzt geraten. Das sah aber nach dem einzigen Weg aus. So, hau mal ab. Ja, ich sag so, du bist nach einem Schlag nicht tot. Warum ist dein Kollege nicht wieder hochgekommen? So. Müssten wir jetzt endlich da sein, oder? Das ist ja der Turm. Gott. Midna, du bist gleich wieder gesund. Hoffe ich. Hoffentlich sind hier keine Gegner im Turm. Warte. Mach eben noch die Kiste kaputt. So, vorsichtshalber. Zelda! Hallo? Hallo? Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Link liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist seine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt die Magie an der Kraft inne, die eben das verhindert. Gilt in den heiligen Hain, tief in jenen Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Master-Schwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Master-Schwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link von den Göttinnen hier Hyrules auserwählt erhält. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verratet diesen Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Weißt du, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Link, halt sie auf! Nein, 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 nein Wir müssen zurück, Link. Zurück in den Wald von Firona. Prinzessin Zelda, ihr gab mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da hat sich Zelda für uns geopfert und wir müssen jetzt zum Wald von Firona, weil wir dort das Masterschwert holen müssen. Oh mein Gott, wir können doch theoretisch porten, oder nicht? Oh, Moment. Porten? Porten? Moment, Porten? Ging so. Was willst du, Link? Warpen. Genau, Warpen hieß das. Äh, ich möchte zum Wald. Firona da unten. Äh, Firona Wald N, Firona Wald S. Wo war der Tempel? Hier war der, ne? Oder war er da? Ich geh mal zum Wald S. Dann kommen wir auch nochmal in alte Orte wieder. Wow! Bist du verrückt? Von hinten hinter rückst erschossen. Uiuiuiui. So. Genau, hier lag doch das Brückenteil rum, oder? War das hier? War das hier? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal lang. Ah, hier ist, äh, genau. Hier ist Firona. Kann man mit ihm reden? Der ist nicht anwesend. Okay. Ist auf jeden Fall ein Wolf und können noch nicht mehr viel machen. So, jetzt gehen wir einmal schnell durch den Wald. So, so durch den Wald. Äh, Wald schreien. Das war doch richtig, ne? Wo ich jetzt lang gehe. Ja, dadurch, ne? Warte mal, was sagt der Typ jetzt zu uns? Der müsste jetzt völlig Schiss vor uns haben. Hallo. Hoch. Hallo du. Das ist aber selten, dass sich ein Wolf hier verirrt. Du bist aber ein feines Tierchen. Brav. Brav. Okay, da hat überhaupt kein Schiss vor uns. Okay, dann hat er halt keine Angst vor uns. So, dann gehen wir schnell durchs Ding hier. Durch die Tür. Und zum Wald schreien. Wo da das Schwert sein soll, ne? Werden wir gleich sehen. War schon immer so hell hier. In der Schattenwelt war das so dunkel hier, ne? Das kann, glaube ich, sein. Ich laufe hier einfach mal ganz schnell durch. Ganz fix. So, lalalala. Weil wir sind ja eh nur Feinde. Hier gibt es nichts zu holen. Zumindest nicht mehr. Sind diese Dämpfer eigentlich noch da? Oh. Verdammt. Die sind noch da. Müssen wir den langen Weg nehmen. So. Ja, komm. So. 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 Ich glaube, da oben links müssen wir hin, ne? Da auf der Karte links. Ja, werden wir gleich sehen. Da ist ein Geist. Den macht man natürlich noch platt. Kriegen wir wieder eine Geisterseele. Komm her. Fangstoß. Fangstoß. Juhu. Zack. So. Und noch eine Geisterseele. Wir sollten, glaube ich, 20 Stück sammeln. Oder so war das. Das werde ich auf jeden Fall auch versuchen, alles zu kriegen. So. So. Häpp. 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 Schnell weg, bevor die Pflanzen zerfrisst. So. So. Und nochmal. Und jetzt ganz schnell an den Pflanzen vorbei. Zack. 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 Wunderbar. Und an dem Baumstamm vorbei. Super. Das klappt auch wunderbar. Zack. 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 Herrlich. 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 Wie komme ich denn da oben hin? Möchte ich da hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Wir sollen jetzt im Wald schreien. Und nicht woanders hin. Mir ist zwar schön, mal wieder woanders hinzugehen. So voll die neuen Gegenden erkunden. Ich hätte mich jetzt auch hier hin porten können. Ja klar. Aber. Ich war mir halt nicht sicher. Hallo Vogel. Du sagst, das ist bestimmt was anderes, wenn wir so als Wolf hier sind. Redest du mit mir? Hallo. Papagei. Redest du mit mir? Kaka, du. Hallo. 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 Ich kann dich anvisieren. Ich habe das so gerade gesehen. Wieso ist denn das so schwer, dich... Ah. Oh Mann. Machst du eine Zumutung, hier jeden Tag im Laden zu hocken? Ja. Da sagst du was. Das möchte ich auch nicht tun. Huch. Hallo Affe. Was gibt's? Redest du mit uns? Oh. Was seid ihr denn? Ihr seht nicht sehr nett aus. Und wieso lockt der Affe immer irgendwelche komischen Monster an? Das ist nicht gut von dir Affe. Das solltest du nochmal überdenken, was du hier immer machst. So. Jetzt bring mich zum Masterschwert. Du weißt doch bestimmt, wo das ist. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Ja, ich weiß auch nicht. Gehen wir mal hin. Er hat uns ja gerade den Weg indirekt gezeigt. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Aber wie wär's, Link? Sollen wir ihn uns mal ansehen? Natürlich schauen wir uns ihn mal an. Hep. 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 Und. Hep. 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 Okay, der ist hier hinten versteckt. Hallo? Was soll das? Fledermäuse? Hä? Wollt ihr aufmucken, oder was? So. Oh. Dreht sich der Wind hier von alleine? Er tut. Tut er ja. Gut. So, jetzt drehe ich mal wieder. In die andere Richtung. Jetzt muss ich hier tatsächlich warten, weil ich den Wind nicht beeinflusst. Was, wie sieht denn der da an, der Wolf? Der dreht das, der schaut sich das Rad an. Auch nicht schlecht. Ah, okay. Gut. Einmal schnell hier dran vorbei. Oh Gott. So, und hier dran vorbei. Und da ist ein Stein zum Heulen. Das machen wir doch mal eben. Belauschen. Oh Gott. Das habe ich doch jetzt schon wieder vergessen. Okay, nochmal von vorne. Mann, ich habe jetzt schon... Wart das richtig? Es klang für mich fast richtig. Nein, da fehlt noch was. Okay, Moment. Ähm. Nein. Verdammt. Nein. Ach, kacke. Hä? Wo ist denn der Ton denn noch fehlt? Ah, da ist er. Okay, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Jetzt muss ich nur noch nachflöten hier. Ja, ich habe es verkackt. Ist mir klar. Mann, ich dauer dich schwer. Ah, geht doch. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Aber ich stelle mich dann mal dumm an. Jetzt dürfen wir es nochmal nachholen. Okay. Okay. Dass man nicht alles vor okulte Künste tut. So. Oh. Oh, oh, oh. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Diese komische, außergewöhnliche Höhle. Du sollst eine der okkulten Künste. Du sollst eine der okkulten Künste. Du sollst eine der okkulten Künste.